Servus Leute und willkommen zu diesem kleinen Apex Info Video. Ja, es gibt einen Trick um bei einem Marvin, also diesen orangen Robotern of Olympus, immer drei epische Items zu erhalten. Und zwar müsst ihr hierfür immer dann drücken, wenn gerade das blaue Gesicht angezeigt wird. Das braucht ein bisschen Übung, aber als kleine Hilfe bin ich im Kopf immer mitgegangen, wann blau kommt. Also immer wieder blau, blau, blau und dann eben zum richtigen Zeitpunkt drücken. Es funktioniert, wenn man es kann, eigentlich immer und ein paar epische Schilde oder paar lila Hop-Ups können nie schaden. Ja, dann war es das auch schon wieder mit diesem kleinen Info Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne Like und Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!